Nachdem die drei Erwachsenen sich eingeschlossen und eine volle Stunde miteinander verhandelt hatten, erfuhr Jenny endlich, dass Kinza mit ihnen fahren werde. Sie geriet vor Freude und Aufregung völlig aus dem Häuschen und tanzte ausgelassen herum. Die Aussicht, auf der Fahrt für Kinza sorgen zu dürfen, milderte um ein beträchtliches ihren Abschiedsschmerz. Außerdem sollte es kein Abschied auf ungewisse Zeit sein, Tante Rosmarie würde bereits im kommenden Sommer auf Urlaub nach Hause fahren und hatte versprochen, eine Zeit lang zu ihren Freunden zu ziehen. Am Vorabend der Abreise machte Jenny mit ihrer Tante und Kinza einen letzten Spaziergang hinaus an die Stelle, wo die Butterblumen wuchsen. Dort saßen sie eine Weile still beieinander und schauten in die sinkende Sonne. Auf einmal fragte Jenny, Tante, bist du traurig, dass Kinza weggeht? Natürlich wird sie mir schrecklich fehlen, aber ich bin ganz beruhigt, dass alles so richtig ist. Weißt du, am meisten liegt mir am Herzen, dass Kinza den Herrn Jesus kennen und lieben lernt, solange sie noch klein ist. Und da du ihn nun kennst, wirst du es sie lehren können. Ich denke wohl, dass sie auch im Blindenheim vom Heiland hören wird, aber ein so kleines Kind braucht jemand, der ganz persönlich mit ihm redet und ihm hilft. Jenny sah sehr ernst aus, als sie nun zögernd einwendete. Aber ich weiß doch selbst noch so wenig. Wer soll denn mich lehren? In der Schule spricht man nicht so von Jesus wie du. Wir lernen hauptsächlich die Namen aus der Bibel auswendig. Vielleicht könnte ich zur Sonntagsschule gehen, aber die ist am Nachmittag und da fahren wir meist alle miteinander aus. Das ist allerdings eine Schwierigkeit, gab Tante Rosmarie zu. Aber es wird schon recht werden, denn du hast ja deine Bibel und in deinem Herzen hast du den Heiligen Geist, der dir das Wort Gottes erklärt. Es war einmal vor langer Zeit ein König, der hieß David. Er wollte gern die Bibel verstehen. Da betete er, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Gott erhörte sein Gebet und jedes Mal, wenn er im Wort Gottes las, sah er den Weg zum Himmel darin aufgezeichnet. Da sagte er, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wenn du jeden Tag treu die Bibel liest und dabei den Heiligen Geist bittest, dir das rechte Verständnis zu schenken, so wirst du es erfahren, dass er dir viele schwierige unverständliche Stellen klar macht. Aber es gibt doch so viele lange Wörter in der Bibel, warf Jenny ein. Nicht in den Evangelien, tröstete Tante Rosmarie. Fang mit denen an. Sicher werden auch Papa oder Mama dir gern die schwierigen Wörter erklären, wenn du sie darum bittest. Sie interessieren sich ja immer für alles, was dich interessiert. Hast du ihnen erzählt, was du erlebt hast und weshalb du die Bibel lesen willst? Nein, erwiderte Jenny stirnrunzelnd. Ich hätte es gern getan, aber irgendwie konnte ich es nicht erklären. Nun, es wäre schön, wenn du es ihnen mit Worten sagen könntest. Viel wichtiger ist es aber, du sagst es ihnen mit Werken. Wenn du wirklich den Herrn Jesus in die Mitte deines Lebens gestellt hast, wenn du jeden Tag seiner Stimme, die du in der Bibel hören kannst, gehorchst, dann wird er sehr bald ein ganz anderes Kind aus dir machen. Anstelle deiner Selbstsucht wird seine Liebe treten. Anstelle deiner Launenhaftigkeit seine Geduld. Anstelle deiner Bequemlichkeit seine Dienstbereitschaft. Und sobald das geschieht, werden deine Eltern, ohne dass du etwas sagst, die Veränderung merken. Aber ich würde gleichwohl versuchen, ihnen etwas zu sagen. Es wäre doch schön, diese Erfahrung mit ihnen zu teilen, meinst du nicht auch? Jenny war einverstanden und meinte, Es wird sie bestimmt freuen, wenn ich wirklich lieb und gut werden kann und nicht mehr gleich aufbrause und dann werden sie wissen wollen, wie das zugeht. Ich glaube fast, ich will es ihnen zuerst zeigen, dann glauben sie mir, wenn ich es sage. Lass uns jetzt heimgehen, ich möchte ihnen zeigen, dass ich beim Packen helfen will. So eilten sie denn heimwärts. Kinza musste getragen werden. Warm, mollig und schläfrig lag sie in Tante Rosmaries Armen. Als sie ankamen, schlief sie bereits fest und merkte es kaum, dass man sie auszog. Für sie war die Trennung nichts Schmerzhaftes. Sie wusste, dass sie mit Jenny eine lange Reise im großen Auto machen sollte und das bedeutete nichts als Freude für sie. Friedlich atmend träumte sie einen goldenen Babytraum. Neben ihr lagen saubere Kleidungsstücke für die Reise und ein kleines Bündel mit ihren persönlichen Sachen. Am nächsten Morgen früh versammelte sich die kleine Gesellschaft beim Hoteleingang, um sich Liebe wohl zu sagen. Aus irgendeinem geheimen Schlupfwinkel tauchte Hamid auf, um sein Schwesterchen abfahren zu sehen. Herr und Frau Milton trafen ihre letzten Anordnungen und Tante Rosmarie betrachtete die drei Kinder, die sie inniger liebte als alle anderen Kinder auf der Welt. Das Trio stand beim Gepäck, die zierliche, verwöhnte Jenny, der zerlumpte Hamid, die blinde Kinzer. Was für weit auseinanderlaufende Lebenswege mochten vor ihnen liegen. Gottslob gab es einen Hirten, der sich um einsame Lämmer kümmerte und ein Licht, das ihre schwankenden Schritte leiten konnte. Gottslob würde bald ein Tag kommen, da Kinder aus allen Völkern und Rassen und Sprachen vor dem Thron Gottes stehen würden. An jenem Tag würden sie alle wieder vereint sein, die von sich selbst befreite Jenny, der von seiner Furcht erlöste Hamid, und Kinzer, die endlich das Licht schauen durfte. Dann würden sie sich alle miteinander freuen. Wenige Minuten später war der Abschied vorüber und der Wagen fuhr dem grünen Tal zu. Jennys Augen standen voll Tränen. Kinzer, die reisefiebrig an die Fensterscheibe trommelte, war sich noch nicht bewusst, dass ihre geliebte Ima nicht mit ihr im Wagen saß. Und wenn sie es dann merkte, würde ein Stückchen Schokolade sie wahrscheinlich rasch über die Enttäuschung hinwegtrösten. Der Wagen verschwand um die Ecke und Rosmarie empfand es als einen Trost, dass wenigstens eines von ihren Kindern noch in ihrer Nähe geblieben war. Hamid schneuzte sich und presste die schmierigen Fäuste gegen die Augen. Nun war wahrhaftig das Schwesterlein, für das er alles getan und alles aufs Spiel gesetzt hatte, von einem Auto davongetragen worden. Die große Aufgabe seines jungen Lebens war mit vollem Erfolg zu Ende geführt. Aber Kinzer würde ihn nie mehr nötig haben. Schöne Kleider, Autofahrten, das war ihr los. Ein verlassener Marktplatz, Hunger, Heimatlosigkeit und Lumpen, das Seine. Kommt zum Frühstück zu mir. Er tönte eine freundliche Stimme an seiner Seite. Seine gedrückte Stimmung schlug augenblicklich ins Gegenteil um. Der Gedanke an heißen Kaffee, an Brot und Butter, tauchte die ganze Welt in ein rosiges Licht. Er hüpfte neben der Schwester her und rieb sich die Hände vor Freude. Er war heute arbeitslos, weil sein Meister für den Tag weggefahren war und somit hatte er viel freie Zeit vor sich und außer dieser Einladung keine Aussicht auf eine Mahlzeit. Nach dem Frühstück kam die tägliche Lesestunde an die Reihe. Die Krankenschwester staunte über die raschen Fortschritte des Jungen. Sie hatte schon alle möglichen Kinder unterrichtet. Wohl behütete kleine Töchter aus gutem Hause, ebenso wie verwilderte Straßenbuben, und sie staunte immer wieder, wie viel rascher die Letzteren lernen konnten. Ihre geistigen Fähigkeiten und ihr Gedächtnis waren wohl vom Lebenskampf, den sie so frühzeitig führen mussten, geschärft worden. Sie hatten es sich angewöhnt, zu schauen und festzuhalten. So beherrschte Hamid nach einer Woche das gesamte Alphabet und kannte die Wiederholungsübungen auswendig. Was Wunder, dass er ziemlich aufgeblasen war. Jetzt weiß ich alles! Erklärte er strahlend, als er sich mühsam durch ein paar drei Buchstaben Worte hindurch geschafft hatte. Ach nein, Hamid, du fängst erst an. Jetzt musst du dich üben und wieder üben, diese Buchstaben zu Wörtern zusammenzusetzen, und du musst weiter jeden Tag herkommen, wenn du bis zur Erntezeit das Wort Gottes lesen lernen willst. Er nickte zuversichtlich und wiederholte, Bis zur Erntezeit! Dann gehe ich heim und lese meiner Mutter das Wort Gottes vor. Dann wird sie den Weg zum Himmel auch wissen, und wenn mein Stiefvater sie schlägt und ihr nicht genug zu essen gibt, wird der Herr Jesus ihr Herz froh machen. Wird dein Stiefvater dir erlauben, ihr das Wort Gottes vorzulesen? Oh nein! Er sagt, alle Bücher außer dem Koran seien schlecht, aber ich werde im Kornspeicher lesen, während meine Mutter das Korn mahlt, und ich werde meiner Schwester Rama vorlesen, wenn wir die Ziegen auf den Bergen hüten. Mein Vater wird es nicht erfahren. Aber später, Hamid, später wird er es doch erfahren müssen, wenn du dem Herrn Jesus treu nachfolgen willst. Einmal wirst du es ihm sagen müssen, und dann wird er dich wohl schlagen. Aber Jesus hat viel mehr für dich ausgestanden, weil er dich lieb hatte. Wenn du ihn liebst, musst du willig sein, auch ein wenig für ihn zu leiden. Hamid schaute die Schwester nachdenklich und merklich beunruhigt an. Dann antwortete er, Ich liebe ihn sehr! Und damit erhob er sich und verabschiedete sich von seiner großen Freundin. Seine Antwort befriedigte sie restlos. Er hatte weder geprahlt, noch ein großartiges Bekenntnis abgelegt. Er hatte sich bloß auf die größte Macht der Welt berufen. Ich liebe ihn, hatte der einsame kleine Junge im Blick auf seine unsichere, gefahrvolle Zukunft gesagt. Sie aber wusste, große Wasser können die Liebe nicht löschen, noch die Ströme sie ertränken. Das Ende kam früher, als die Schwester erwartet hatte, nämlich zur Zeit der großen Pilgerfahrten, als der Weizenbrust hoch auf den Feldern stand und die Hitze auf Menschen und Vieh lastete. Wer es nur immer konnte, begab sich zum Schrein eines mohammedanischen Heiligen, der etwa 30 Kilometer weiter südwestlich auf dem Gipfel eines hohen Berges stand. Scharen von Menschen strömten aus den umliegenden Gegenden herbei, die Reichen hoch zu Ross, die Armen zu Fuß. Einige kamen mehrere Tagereisen weit her, in bunte Seidengewänder gehüllt und mit grellen, orangefarbenen Turbanen auf dem Kopf. Sie alle hielten in der Stadt an, um sich mit Proviant für die Weiterreise zu versehen. Der Markt sah wie der reinste Lagerplatz aus, denn zahlreiche müde Pilger ließen sich für die Nacht auf den Pflastersteinen nieder. Alle freuten sich des Lebens, denn für Unterhaltung war reichlich gesorgt. Da war einmal der Grabtänzer, dessen Körper sich nur von der Taille an abwärts zu bewegen schien. Die Pfeifenspieler, die ihre klagende Weisen zum Besten gaben und das Schönste von allem waren, so fanden wenigstens die Kinder, die zahmen Affen, die an einem Stab auf- und abkletterten und auf der Spitze eine Verbeugung machten. Es gab so vieles zu sehen, dass an solch einem Abend nur fünf kleine Jungen bei der Krankenschwester erschienen. Sie kamen erhitzt und sonnenverbrannt an, denn sie hatten den ganzen Tag außerhalb der Stadt am Straßenrand gestanden, dem Pilgerstrom zugesehen und die Reichen angebettelt. Sie trugen ihre Beute aus den Kornfeldern in den Armen und kamen schmutzig und vergnügt im Gänsemarsch daher. Jeder legte seinen bunten Strauß, Mohn, Wucher und Kornblumen auf den Tisch. Der Kleinste war etwas zurückgeblieben und kam dann hinterhergerannt. Die ganze Straße war mit seinen Mohnblumen bestreut. Er war ein drolliger Zwerg, dem die Vorderzähne und das Hemd fehlten und der in unbeschreiblich weiten, schwarzen Hosen steckte, die mit einem Stück Seil an der Taille festgehalten waren. Als Rosmarie die fröhliche Gesellschaft musterte, fiel ihr auf, dass heute irgendetwas anders war als sonst. Sie waren alle sehr aufgeregt und jeder hielt einen Pilgerstab in der einen Hand und einen zerbeulten Korb in der anderen. Um die Füße hatten sie sich grobe Lederriemen gebunden. Wir ziehen zum Schrein des Heiligen, klärten sie Rosmarie bereitwillig auf. Wir werden die ganze Nacht mit den Pilgern reisen, der Hitze wegen und morgen bei Tagesanbruch ankommen. Fünf Tage lang werden wir beim Schrein bleiben und eine Menge Leute sehen. Wir werden den Musikanten zuhören und den zahmen Affen zuschauen. Sie, wir haben genug Brot für die Reise gespart und wir sind fix und fertig, um bei Sonnenuntergang aufzubrechen. Aber wir haben noch Zeit für die Geschichte und das Abendessen. Stolz öffneten sie ihre Körbchen und jeder wies eine trockene Ansammlung von alten, braunen Brotrinden und eine Flasche Wasser vor. Einzig Hammets Körbchen enthielt daneben noch etwas anderes. Er trug sein kostbares neues Testament bei sich, das er sich erst in der vorigen Woche verdient hatte, als es ihm gelungen war, durch das erste Kapitel des Johannes-Evangeliums hindurch zu stolpern. Er allein hatte etwas Trauriges an sich. Und die Schwester betrachtete ihn mit einer Besorgnis. Die Buben mochten die ganze Sache als eine Art Ausflug auffassen. Das änderte nichts an der Tatsache, dass ein Christenkind an einem heidnischen Schrein nichts zu suchen hatte. Darum forschte sie. Wie lange wirst du dort bleiben, Hamid? Ich bleibe nicht dort, war die ruhige Antwort. Ich gehe nach Hause. Heute Nacht kann ich mit den Pilgern reisen und morgen ausruhen. Die Nacht darauf werden viele weiterziehen zu einem anderen Schrein in der Nähe meines Dorfes, so dass ich mich ihnen anschließen kann. Ich kann jetzt lesen und die Ernte ist beinahe reif. Wenn ich zuwarte, muss ich die lange Strecke auf der Landstraße machen, denn den Weg über die Berge könnte ich nicht allein finden. Es ist besser, ich gehe jetzt. Ja, es ist wohl besser so, bestätigte Rosmarie. Dann setzten sich die Jungen um sie herum auf den Boden und sie erzählte ihnen von den weinenden Pilgern aus alter Zeit, die ein Grab besucht und es leer gefunden hatten. Sie berichtete, wie zwei von ihnen am Abend einen langen Spaziergang machten, wie der auferstandene Herr Jesus sich ihnen genaht hatte, mit ihnen gewandelt und ins Haus eingetreten war. Hamed saß ihr zunächst und wandte kein Auge von ihr. Daraufhin brachte Rosmarie das einfache Abendessen herein und die Jungen griffen gierig und mit bloßen Händen zu. Die dicken Brotscheiben aber verstauten sie in ihren Körben. Dann sprangen sie auf und konnten es auf einmal kaum mehr erwarten, wegzugehen. Rosmarie geleitete sie zur Tür. Auf der Straße war es noch hell und die Jungen sahen aus, als hätten sie eine Vergnügungsreise vor sich. Muntere, verschmierte Gesichter strahlten ihr beim Abschied entgegen. Sie blickte auf die Kinder herab und das Herz tat ihr weh beim Gedanken an die lange, schlaflose Nacht, die vor ihnen lag und die Kälte der Morgenfrühe und an die trockenen Brotrinden. Sie eilte ins Haus zurück, holte eine Schüssel mit frischen Kirschen und gab jedem eine große Handvoll. Sie lachten und schrien vor Freude, doch Rosmarie konnte nicht anders, sie musste ein letztes Mal versuchen, ihnen die Hauptsache klar zu machen. Ihr sucht das Grab eines Toten auf, sagte sie eindringlich, und wir denken gern an die Toten, sofern sie gut und edel gewesen sind, aber ein Toter kann niemandem helfen, der Herr Jesus ist von den Toten auferstanden. Er lebt jetzt und hat euch lieb und er wird euch auf dem ganzen Weg begleiten. Vier Köpfe nickten pflichtschuldig, es drängte die Jungen wegzukommen. Hamid aber trat dicht an die Schwester heran, obwohl blasser als sonst, blickte er nun mit heiterer Miene zu ihr auf. Ja, wiederholte er, der Herr Jesus lebt, er lebt in unseren Herzen und wird den ganzen Weg mit uns gehen. Schon stürmten die anderen mit schwingenden Körben und klappernden Pilgerstäben die Straße hinunter, der kleinste spie bereits Kirschensteine aus. Da legte die Krankenschwester segnend die Hände auf Hamid und sandte ihn aus als einen einsamen kleinen Boten Jesu Christi und er folgte seinen Kameraden. Aber er schaute mehrmals zurück und lächelte unter Tränen. Er hatte viel weiter zu gehen als die anderen. Doch wohl verpackt zwischen den Krusten, der Wasserflasche und den Kirschen trug er den Stab des Lebens und das Brot vom Himmel mit sich. Nachts würden seine jungen Füße in den rauen Bergen nicht allzu oft straucheln noch allzu weit vom Weg abirren. Hatte Jesus nicht gesagt? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. An der Straßenecke schauten alle fünf zurück und winkten. Die fröhlichen Bubengestalten hoben sich schwarz vom hell erleuchteten Abendhimmel ab. Dann verschwanden sie um die Ecke. Sie waren im Sonnenglanz untergetaucht. Abendhimmel bis zum nächsten Mal. Die